Das Lkw-Nachtfahrverbot in Tirol soll nicht aufgehoben werden. Das betonten die beiden Landeshauptmänner aus Tirol und Südtirol, Anton Mattel und Arno Kompatscher, in Innsbruck. Damit reagierten sie auf Gerüchte der letzten Tage. Da war zu hören, dass die Europaregion Tirol-Süd-Tirol-Trentino dieses aufheben wolle. Man müsse an ganz anderen Lösungen arbeiten. Mattel nannte unter anderem ein Dossiersystem, sowie die Verlagerung des Transitverkehrs von der Straße auf die Schiene. Wow! 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 Ja! Der Deutsche Bundesverband Gütertransport und Logistik fordert ein Eingreifen der Europäischen Kommission zur Beendigung der Tiroler Blockabfertigung an der bayerisch-österreichischen Grenze. Man müsse nun rechtlich gegen mutmaßliche EU-rechtswidrige Beschränkungen Österreichs wie die Blockabfertigungen sowie das sektorale Fahrverbot, das Nachtfahrverbot und die doppelte Nachtmaut vorgehen. Tirol begründet die Maßnahmen mit der erheblichen Verkehrsbelastung auf der Brennerroute. Der frühere Landeshauptmann Günter Platter hatte stets betont, sein Land sei Opfer, nicht Täter. Bleibt auf jeden Fall spannend, weiter zu beobachten. Zum Abschluss empfehlen wir dir noch, uns auf unseren unterschiedlichen Social-Media-Kanälen zu folgen. Es kostet nichts und du verpasst keines unserer Videos für die Logistik- und Transportbranche. Alle entsprechenden Links findest du in der Videobeschreibung. Vielen Dank für den Daumen hoch, sowie fürs Teilen, und Servus bis zum nächsten Video. Da freut sich das Logistik-Unternehmen. Unterstützen Sie Ihre Verkaufsabteilung mit frischen Akquisitionshinweisen. Natürlich gibt es ein Firmentelefonbuch. Aber wenn Sie vorab schon wissen, welche Firmen in welchen Relationen Ladungen haben, dann können Sie auch gezielter und zeiteffizienter agieren. Auf cargo-files.eu finden Sie CMR-Frachtbriefe oder andere Lieferdokumente von tatsächlich stattgefundenen Transporten, sortiert nach den unterschiedlichen Relationen. So finden Sie Informationen über Lade- und Entladestellen zu Komplett- oder Teilladungen, grundsätzlich Güter für Planenfahrzeuge, kein ADR. Die neuen Kontakte können sowohl von Verlader- als auch von Entladestellenseite zu weiteren Ladungen in anderen Relationen führen. Besuchen Sie unsere Webseite und finden Sie unter der Rubrik, Neukunden für Sie, alle notwendigen Informationen. Wir wünschen schon mal guten Erfolg bei der Neukundengewinnung.